Im Groben und Ganzen geht es in einem Film um Familie. Deine Mutter, die ganze Truppe, die sind alle mega. Glaub mir, Dicker, bei uns ist es immer eng. Man hat nie seine Ruhe und man muss alles teilen. Oh, du Arme. Wenn du so leidest, dann lass uns doch tauschen. Der Film handelt von zwei jungen Männern, die in Familien unterschiedlicher Art leben. Der eine in einer Familie in Berlin, etwas ärmer. Wenn ich Ende der Woche das Preisgeld ansage, dann kaufen wir dir erstmal schön was Neues zum Anziehen. Die haben ja ganz gut gebraucht. Der andere in einer sehr reichen Familie aus München. Die beiden werden zufälligerweise im Europapark verwechselt und leben von dort an für vier Tage in der jeweils anderen Familie. Vier Tage. Bis zum Contest. Perfekt, dann fahren wir eh wieder heim. Am Ende ist das, was Danny und Ludwig erleben, ein großes Abenteuer. Da nehmt ihr euch mit. Ja, das ist wieder ein neues Abenteuer, in das wir uns stürzen. Und wir freuen uns einfach über all die Erfahrungen und all die Dinge, die wir hier wieder lernen und all die Menschen, die wir kennenlernen. Gia ist unser Gast und wir sind hier, um Spaß zu haben. Das Team, muss man wirklich sagen, und vor uns hinter der Kamera, das macht so einen Spaß. Es ist einfach geil, mit so vielen Leuten über so einen langen Zeitraum an einem Ort zu sein. Wir arbeiten irgendwie alle an einem großen Projekt. Das ist wie so ein großes Puzzle, was Tag für Tag, Drehtag für Drehtag, Zähne für Zähne irgendwie zusammengesetzt wird. Einfach ein gutes, angenehmes Team. Super Kollegen, mit denen es wahnsinnig Spaß gemacht hat zu arbeiten. Das ist wie so eine kleine Familie hier. Das ist einfach geil. Das macht einfach Spaß. Wenn man weiß, wer wer ist, ist es easy. Heiko und ich wurden lang nicht mehr so oft verwechselt, in so kurzer Zeit wie hier am Set. Ich bin einfach Heiko und bin irgendwo dazwischen. Ich weiß auch nicht mehr, wer ich bin. Wenn ich zwischen den beiden stehe und die Arme um sie lege, aufgrund des Größenunterschiedes von zwei Zentimetern, dann kann ich das sehr schnell dann sagen, wer wer ist. Matz, super viel Spaß. Gleiches Mittag. Das motiviert. Heiko, du hast heute noch keine einzige Szene gedreht, ja? Was will das denn jetzt sein? Wir führen ein sehr gleiches Leben, weil wir die meisten Dinge einfach zusammen erleben. Aber trotzdem sind wir zwei unterschiedliche Menschen. Und ich glaube, dass wir uns einfach gut ergänzen. Roman arbeitet sehr viel und Heiko möchte immer meistens ganz genau wissen, was er herstellen soll. Also das sind verschiedene Arten, meine Regieanweisungen anzunehmen. Aber das machen sie auf ihre Weise beide sehr gut. Und bitte. Der Florian Ross ist ein begnadeter Regisseur, das wirkt unglaublich. Ich habe sowas noch nie erlebt, dass mir jemand mit so wenig Worten teilweise so viel Input geben kann und so helfen kann bei manchen Szenen. Da merkt man auch, dass Flo eine ganz klare Vision hat von dem Film und wie er sich das vorstellt. Und uns und Flo verbindet ja eh was. Er ist ja auch ein Zwilling. Und ich glaube, dass alle Zwillinge, die haben nochmal so eine bestimmte Connection unter sich. Und das ist umso cooler dann, ja. Der ist am Set auch die ganze Zeit voll da und ist nie fahrig oder unkonzentriert, sondern der nimmt sich auch trotz des Zeitdrucks die ganze Zeit Zeit und versucht das Beste aus jedem rauszuholen. Und er macht das einfach mit sehr viel Liebe und sehr konzentriert und das ist schön anzuschauen. Und er macht das echt gut und ich bin ganz froh, dass er das macht. Dankeschön! Ich glaube, man möchte mit dem Film sagen, Familie ist schon sehr, sehr wichtig. Ja, dass man nicht auch verwandt sein muss, um eine Familie zu haben. Da geht es viel mehr um das Umfeld und Leute, die für einen da sind und das kann auch deine Familie sein. Und das wird ja in einem Film auch viel thematisiert und das finde ich sehr, sehr schön. Auch wenn ich es ungern sage, aber irgendwie gehört sie mittlerweile auch fast zur Familie. Familie heißt im Endeffekt, dass man sich aneinander vertraut, dass man zusammen irgendwie was durchlebt. Du scheinst ja doch ganz gut mit Chia zu verstehen. Bittest du? Naja, bis gestern war sie doch unser größter Feind. Und irgendwann muss das ja mal aufhören, oder? Das Schöne an dem Film ist, dass auch irgendwie gezeigt wird, dass es nicht selbstverständlich ist, Dinge wie Familie, Dinge wie Liebe oder Zuneigung zu bekommen. Sondern, dass das die Dinge sind, die dich eigentlich glücklich machen und die den wirklichen Reichtum im Leben darstellen. Und auch wenn es vielleicht manchmal irgendwelche Schwierigkeiten gibt, aber Familie ist das Wichtigste. Egal durch welche Phase ich geh, egal durch welche Phase ich geh, nicht allein. Weil wir erst am Anfang stehen, vor uns liegt ein langer Weg, ja. Egal durch welche Phase ich geh, egal durch welche Phase ich geh, nicht allein. Und wenn man wieder gar nichts geht, weiß ich, du bist da für mich. Ich gehe nicht allein Ich gehe nicht allein Untertitelung des ZDF, 2020